Die Ehrenamtler. Das ist Julia. Julia hat ein Ehrenamt. Eigentlich ist sie auszubildende Krankenschwester. Aber jeden Samstag, da macht sie aus kleinen Landratten Seepferdchen. Langsam macht sie aus kleinen Landratten Seepferdchen. Genau das habe ich gerade gesagt. Hallo Fisch. Hallo Katharina. Katharina kämpft als Beamtin nicht nur gegen das E-Mail-Chaos, sondern im Notfall auch mal gegen ein echtes. Rita, du Fuchs. Immer alle Adressen auf Tasche. Nur sonntags mit den Senioren fehlt immer die Schlossallee. Schade, Rita. Oh, Verzeihung. Was macht eigentlich der Schreiner hier? Und dann hat sich der kleine, süße Hund Entzückend. Simeon. Kunstförderer, Vorzeigelehrer und ehrenamtlich Rugby-Trainer. Denn regelmäßiger Sport an der freien Luft ist gesund. Für Geist und Körper. Das weiß auch Gymnastiklehrerin Petra. Von wegen Ruhe im Alter. Zeig's den jungen Hüpfern. Alara ist ehrenamtliche Rettungsschwimmerin und sollte eigentlich gerade Hausaufgaben machen. Nicht wahr, Alara? Okay, tschüss. Schon besser. Brav, Milan. Ja, da kann ich auch nichts dafür, wenn dein Ehrenamt spannender ist als dein Studium. Super. Und jetzt kommst du. Engagier auch du dich für unsere Gesellschaft. Pack mit an. Für dich. Für uns alle. Auf ehrenamt.bund.de Na, in der Nähe. Mal. Wie. Du. Du. Du.